Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Kapuzenman. Schön, euch mal wieder zu sehen. Wir haben halt gerade ein kleines Spontanvideo. Wir wollen euch ein echt krasses Naturphänomen zeigen. Shiny macht wieder Scheiße wie immer. Aber schaut einfach mal in den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man gut auf der Kamera sehen kann, aber wir haben richtigen Nebel am Boden. Krass, oder? Das ist das Haus. Ja. Ja Leute, wir stehen hier mitten auf einer riesigen Kuhweide. Shiny ist gerade da hinten und macht ein paar Fotos. Und solche Bilder sieht man echt nicht oft. Und wir werden euch jetzt gleich nochmal ein paar schöne Bilder und Filmchen einblenden. Viel Spaß. So nah am Boden ist der Nebel wirklich selten. Und es ist auch echt schwer, die Atmosphäre auf die Kamera rüberzubringen. Aber es sieht schon krass aus, Leute. Und egal in welche Richtung man die Kamera schwenkt, überall hier ist dieser Nebel. Da vorne steht Shiny und macht ein paar Fotos. Und ich bin mir sicher, dass man uns jetzt aus der Ferne nicht sehen könnte. Also Leute, ich renne jetzt in den Nebel rein. Shiny hat keinen Bock zu rennen. Der bleibt erstmal hier und raucht einer. Und ich würde sagen, es geht los. Hier ist überall noch Nebel. Man kann es richtig gut sehen. Shiny steht da hinten. Shiny, kannst du mich sehen? So, guck mal, da hinten steht Shiny. Shiny! Siehst du mich? Ja. Sehr gut. Ich komme gleich mal wieder, ne? Ich komme gleich mal wieder, ne? Geh mal noch ein Stückchen weiter. So, Leute, noch ein kurzes Stück weiter. Sorry, wenn es jetzt hier ein bisschen wackelt. So, Shiny, siehst mich jetzt noch? Nein, der Nebel des Grauens kommt. Ja, ich sehe dich. Hier, Nebel des Grauens, genau. So, ich habe dich wieder. Ja. Leute, seht ihr Shiny da hinten stehen? Schreibt es in die Kommentare. So, wir laufen jetzt mal wieder schnell zu Shiny zurück. Und los geht's. So, wir laufen jetzt mal wieder schnell zu Shiny zurück. Shiny, ich sehe dich wieder. Ja, Mann, ich komme. So, Leute, da sind wir wieder. Hör es auf zu rennen, denn wie gesagt, das hier ist eine Weide. Und von den Dingern gibt es hier leider nicht zu wenig. Richtig schöne, ordentliche Kuhfladen, wenn ich da reintrete. Dann Mahlzeit. Genau, dann Mahlzeit. Du sagst es. Ja, Leute, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt uns das doch gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Abo. Ja, wie schon gesagt, Facebook ist gräut bei uns ein bisschen lahm. Deswegen erscheinen die News jetzt meistens auf unserer offiziellen Website. Habe ich euch alles in die Videobeschreibung gepackt. Einfach mal reinschauen, durchklicken. Wie gesagt, Lost Place Videos kommen auf jeden Fall bald wieder. Das hier war jetzt nur so eine kleine Spontanaktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden uns dann einfach nochmal in den kommenden Wochen, Monaten zurückmelden mit neuen Videos. Bis dahin, haut rein, Freunde. Bis dahin, haut rein, Freunde.